da bist du komm her, komm her, komm her, komm her, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, ich bin weg ist uns bald leicht dich ab ich muss nachladen Alter ist einfach nur überall Blut Hey und willkommen beim neuen Video und zwar spielen wir heute Unturned, das neue Spiel und mit dabei ist der Chris von den Various Time Leuten Hallo Guten Tag und das Spiel ist neu draußen und gibt's im Steam für 0 Euro und das Spiel ist einfach ganz leicht und zwar Daisy in Minecraft, Minecraft in Daisy Daisy in Minecraft und so weiter und so fort und ich zeig euch jetzt kurz meinen Charakter hier kann man alles einstellen die Frisur und hier Skin, Face Skin, Color und die Gruppe bei Caddx Back und jetzt Play, ne? Host So, Host Es hat geklappt Oh mein Gott, das funktioniert schnell Es hat geklappt Oh mein Gott Wir haben die ganze Zeit aufgenommen das glaube ich jetzt zum Beispiel die neunte Aufnahme die wir gerade machen, oder? Okay, ich klicke jetzt hier auf Reset, komm Das ist die neunte Aufnahme weil gerade eben ging das die ganze Zeit nicht Soll ich auf Reset klicken? Glaube ich Ich hab doch schon Oh, ich bin direkt an der City Wie geil Wie geil Wie geil So Das ist einfach alles so wie Minecraft gepixelt und es sind ganz viele Zombies hier erstmal Man kann ja alles sozusagen alles machen, ja? Man kann Auto fahren man kann Backpack holen alles mögliche So Und falls ihr mehr davon sehen wollt Dann Lasst eine positive Bewertung da Damit ich auch mal falsch halte Bescheid weiß Okay, ich bin auch bei der Stadt Aber ich glaube irgendwie Das ist der andere ist Ich hab ein Auto wieder Ich hab ein Car Ich seh dich Jetzt echt? Ja, bleib stehen, bleib stehen Oh, wie geil, Alter Ja Ja, ja, ja Junge Hier sind so viele Zombies Rückwärts, rückwärts, rückwärts Ja, ich überfahre ihn nochmal schnell Ich mach nur Umdrehung, ja? Er macht einfach die Rockfahrtwände 3.0, komm, komm jetzt Ja, ich Mach jetzt hier so ne Abbiegung Abbiegung Das ist einfach zu geil, man kann einfach mit der Link oder mit der Lechner schlagen So, ich komme Ich kann einfach mal so hupen So, ich komme Wo bist du? Gleich, ich zieh mir grad Sachen an Hier, nein, in andere Richtung Du hättest links fahren müssen Ich hab doch ge... Du hast die ganze Zeit rückwärts gesagt, als ich dahin geschaut habe Meinst du an diesem Sanddings da, oder was? Ja, da bin ich Rückwärts, rückwärts Das ist krassig, fall ich fahre bloß nicht zusammen Ah, mein Audio Ah, ich seh dich Ich seh dich Ich seh dich Sehr gut, hast du Waffen Steig ein Steig ein, steig ein, steig ein Bin drin? Ja Ich seh das Ja, geil Siehst du mich? Aber die sind... Normalerweise zeigt sich doch an, wo die anderen sind Egal Steig nicht So, schau jetzt What the fuck Den überfahren wir auch nochmal So, jetzt aussteigen Und jetzt einfach mal alles hier Looten Pündern Das ist erstmal wichtig Hier hat es irgendwo ein Messer gegeben Ähm Ich hab Kleidung gefunden Hab ich auch schon ein bisschen So Ich hab zwar keine Hose, aber egal Das ist jetzt gerade nicht so wichtig Ich war schon in diesem Gebäude Ja, ne Welches? Klar warst du hier schon Ja, hier war es schon Hm, gut Falls ihr mehr davon sehen wollt Dann lass einfach eine positive Bewertung da Und Schreibt einfach mal, wie ihr das Spiel findet Ich find das einfach nur mega geil Ich kannte das Spiel noch nicht mal Jetzt hab ich das durch dich Herausgefunden Danke Ich muss jetzt noch alles aufheben hier Was ist das hier? Chocolate Bar Ich glaube auch Oh, hier muss doch irgendwo ein Messer liegen Das hier Das sieht gut aus Bottled Bar Hast du das gefunden? Nee, noch nichts Irgendwo noch eine Messer oder so War es schon in jedem Haus? Noch nicht, nein Okay, dann guck ich auch mal hier so Schau einfach mal hier vorbeil Normalerweise liegt doch irgendwo Ein Kackmesser und hier nicht oder wie Ich hab hier nur Bolts gefunden Ich seh dich Ich hab ne Waffe Was denn? Torch hab ich auch gefunden Sehr gut, sehr gut, sehr gut Ach, hier, ich hab ne Taschennappe In der Bar ist einfach nix drin Nix interessantes So, ich hab mal ne Karotte hier Ich hab nen Golfschläger Für dich Oh ja, der muss so OP sein Kann ich schießen? Ja, kannst du Du musst erst V drücken Hey, Alter, da kommt was Komm her, komm her, komm her In die Fresse Stirb Oh, Alter Du weißt, wie man Sachen droppt, oder? Klar Was ist eine Adrenalin? Nur mal so Viel Adrenalin Da kommt wieder was für dich Oh, perfekt Komm, bitte, waffe schnell Oh, da ist einfach ne Adrenalin Probier ich jetzt mal aus, Alter Jetzt, achte Was ist ein Adrenalin? Oh Oh Ey, sorry, das hat eine gegeben Komm, komm, komm Komm, wir haben eine Waffe Für mich Äh, vier kriegst du den Golfschläger Ja, schön Da Kommt auch, geh mal da rein Das muss ziemlich gefährlich rein Da bin ich schon mal drauf gegangen Ich hab, ich hab was geiles Warte, 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 warte Ich hab ne Knüppel von der Polizei, Alter Boah, schau mal her, schau mal her Schau mal, schau mal Ich hab das Ding so in der Hand und das Pferd eigentlich so aus Ist ja geil Jo, klar, wahrscheinlich Ich hab ein Board gefunden Vielleicht können wir uns dann bald ein Skateboard bauen Hilf mir, hilf mir Alter, war das knapp Karjack Keine Ahnung, was das ist Oh, ich hab Benzin Kacke Zombie Kann ich damit schießen, warte mal Ich kann auch damit nicht schießen Da ist Morphium drin, wiederum für dich Was ist denn das? Keine Ahnung Ah, ich kann mich damit heilen, ja gut Alles gut Hier sind Betten Aber leider Ah, da kann man schlafen, ne? Keine Ahnung Ich hab's noch nie ausprobiert Kann ich damit schlafen, Zombie Heiliger Günther Ja, Heiliger Günther Gib mir mal irgendwas Ich würde mich regenerieren Ich würde was hin Ja, aber ich bin auch fast tot Eiliger Günther Ich muss erstmal was fressen Worklight Backshot Das ist Für meine Waffe Keine Ahnung, wenn du ne Shotgun hast, dann dürfte ich passen Das ist ne Shotgun, was ich hatte Sollen wir mal ausprobieren, wie viel Schaden das macht Hilf mir mal lieber Wo bist du, ne? Ja und Geh mal Hier sind nochmal welche Hier steht einfach mal hier rum und mach gar nix Butterfuck sind die fett Scheiße Scheiße Komm her Komm her Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Ich sonst war leicht Ich hab Ich muss nachladen Boah, das ist Alter ist einfach nur überall Blut Hey, dort ist noch einer Ich geh die Leiter hoch Komm mit Okay Sehr gut Sehr gut Komm mit Äh, wie kam er jetzt hier runter Gehen wieder Wieder die Leiter runter In der Hoffnung, dass man nicht stirbt Habe ich eigentlich jetzt alles Hier Kann man hier irgendwie schauen Powerful, long and ranged driver Warte, ich komme jetzt runter Nein, ich hab mir Knochen gebrochen Hast du weh gezahnt? Junge, bricht das jetzt mal ein Knochen, Mann Nein, Kacke Was? Komm her Komm her, komm her Ich hab nur noch 7,20 AP Ich 12 Todeser Wir brauchen Bandagen, das ist wichtig gerade Was du nicht sagst Ich hab ein Travel Bag Kein Team Sehr schön, ich hab ne A Warte, ich lass hier was droppen für dich Was denn? Da Ein Rucksack für dich Benzin Das ist unsere Rettung Das ist unsere Rettung Das ist unsere Rettung Jetzt abzuhauen hier Komm mit Da ist ne Axt Brauchen wir alles gar nicht Äh, was ist das unten da? Radioaktivität oder was? 30% ist grünes Radioaktivität, ja Ich hab 86 Ist das jetzt übertrieben? Ich hab keine Ahnung was wir dagegen tun Lass mal schnell abbauen hier Ich hab keine Ahnung, dass der Christ um 3 wieder weiß Moment, das war auf einer halben Stunde Der ist schüttelt Der hat es auch mal gehabt Der hat es wieder weg Sag ihn doch mal, wenn er da ist Muss du was essen oder so? Ne, ne? Wir mussten einfach nicht 100% hab ich jetzt Was? 100%? Radioaktivität Scheiße Ich hab 8% 7% 6% Ups Ja, gut Hab ich gesagt Dass ich tot bin Nein Nacke Ich will einfach mal Ich hab keine Ahnung Wir müssen jetzt erstmal noch Etwas lernen Ich hab hier Erkennt sich besser Ja Ich will jetzt hier an diesem Dorf Ich sehe gerade hinten irgendwo Was? Keine Ahnung Oh, ich muss wieder alles nochmal neu machen War schön Das ist alles voll doof Das ist mega scheiße Wenn man es einfach nur stirbt Voll unnötig Dann Jetzt wird auch noch Nacht Wo ist unser Auto? Ah ja, stimmt Ja toll Du hast Glück Ich hab Überhaupt Kein Glück Ich hab 12% Ja, ich hab 98% Es fehlt gerade dunkel Ich hab nicht Einfach nichts Wo bist du ungefähr? In seinem Dorf Einfach nur ein Dorf Das Wie macht Wie füllt man Benzin nach? Ah Mal hol mich ab Das ist einfach nur grauenvoll hier Schlag dich kaputt, Alter Schlag dich kaputt Pott 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 Wo bist du? Hier ist so ein Dorf Einfach Ah, nicht so ein Dorf Sondern Äh Mach mal Licht gleich mal an Ich hab ne Waffe gefunden Aber ich muss erst mal töten Ey, ist einfach viel zu dunkel Wie macht man Licht an? Wo? Beim Auto Links Äh, ne Rechts Klick war das Ah, sehr schön Hilfst du Also gut Wie gar nichts Aber egal Ähm Tomate Seed Boah ich nicht Drop Und Also ich war halt Hier irgendwann mal Auf der Straße rum Vielleicht finde ich dich irgendwo Glaub ich ein Zombie Ich bin einfach Viel zu dunkel Kann man das nicht Irgendwie Ja, kein Nee Das geht irgendwie nicht Das ist dann etwas doof Weil man sieht Der Wacht nicht Hm 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 Ja, soll man dann Die erste Folge Mit beenden Wie war mal kurz Ich bin bei der Farm Ich hör was Ja Ich bin in der Farm Hörst du's hupen Nein Ja Was hörst du dann Nein Mein Auto Ich höre Autogeräuche Autogeräuche Ja Ich stehe Mein Auto Ich höre Geräusche Autogeräuche So Bist du das Du bist in der Nähe Auf jeden Fall Ja Ich weiß Dass ich in der Nähe bin Und ich bin was Tot Wir kommen Wohin Alter Krasser Junge Nein Nein Ich bin tot Ey das ist einfach so scheiße Das Spiel Wenn es so dunkel ist Und man sieht einfach nichts Richtig mies Dann würde ich sagen Lass einfach die erste Folge Beenden Ja Also wenn ich Dann lasst du das Connect machen Oder Keine Ahnung Bei mir gibt es nur Respawn Okay mach ich mach das Connect dann Okay Ja So Das war's von der ersten Folge Unturned Wenn euch das Spiel gefallen hat Dann lasst eine positive Bewertung da Schaut bei den Virus Vorbei Und verlinkt Und Möchtest du noch was sagen Also Der heißt Chris Und der andere heißt Auch Chris Und dann sind das Eigentlich beide Christen Und Chris Chris Und Chris Und Chris Und Damit Heißt das Dann Bis Nächst Mal Also Wenn euch Das Video Gefallen Hat Dann lasst Eine positive Bewertung Wenn ihr Mehr Sehen Wollt Dann Schreibt Es In Die Kommentare Auf Jeden Fall Dann Bin Ich Bespannt Ciao Leute